Hey du, du fährst doch hin und wieder mit der BSVG, nicht? Dann hol dir doch eine 6er-Karte, da sparst du bei jeder Fahrt. Die 6er-Karte findest du auch in unserer App Meine BSVG. Zum Kauf öffnest du einfach den Menüpunkt Ticketshop. Klicke nun auf 6er-Karte Erwachsener. Nun kannst du deine Preisstufe auswählen. Der Stadttarif BS ist bereits vorbelegt. Willst du außerhalb von Braunschweig fahren, wähle einfach die gewünschte Preisstufe. Dann wählst du deine Startzone aus. Ab Preisstufe 2 gibst du dann noch deine Zielzone an. Wenn du deine Zonenauswahl getroffen hast, kannst du auf Ticket kaufen klicken. Dann wird dir dein Warenkorb angezeigt. Um dein Ticket zu kaufen, klicke auf Kauf abschließen. Nun ist dein Kauf abgeschlossen. Das erste Ticket wird bei Kauf direkt entwertet und erscheint nach einem kurzen Moment als aktives Ticket. Wenn du das aktive Ticket anklickst, öffnet sich die Detailansicht. Dort befindet sich ein Prüfcode, dein Name ist eingetragen und der Zeitraum, für den das Ticket gültig ist. Beim Einstieg vorn im Bus und bei einer Kontrolle zeigst du einfach die Detailansicht des gültigen Tickets vor. Die weiteren Fahrten kannst du zu einem anderen, beliebigen Zeitpunkt einlösen. Die restlichen Fahrtabschnitte liegen zur Entwertung im Ticketshop bereit. Du musst sie vor Fahrtantritt lediglich noch entwerten.